Willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM. Das letzte Mal haben wir hier begonnen in Shanghai ein wenig unter den terrorisierenden Aliens aufzuräumen. Heute machen wir weiter damit. Und... Next. First Button. Das klingt nicht gut. Das klingt doch nicht gut. Okay. Ah, da sieht er eine Nägel. Das ist schon wieder so ein elendes Viech. Können wir da gleich drauf schießen. Kniest du noch? Jo. Sehr gut. Können wir auch gleich Sachen werfen. Oh ja, kann er. Gut. Du bleibst gleich da wo du bist. Das hat ja fast schon funktioniert. Ah, du siehst auch noch ein Alien. Auch so eines. Hm. Knie dich hin. Und schießen. Hm. 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 Das war jetzt nicht so erfolgreich. Okay. Aber du kannst ja schießen. Warte mal. Warte mal. Dahinter ist noch einer gestanden. Hm. Mit Glück als Verstand. Das heißt, die Aliens machen den gleichen Kars wie wir. Aber du hast nichts mehr zum Werfen. Warte mal. Dann gehst du mal da her. Oh. Da ist noch einer. Wie viele stehen denn da noch rum? Ah. So, warte mal. Wie viele? 19. 38. Hm. Nein. Witzig nicht auszuknien und zweimal zu schießen. Hm. Schade. Haben wir das Ding eigentlich getroffen? Sagen wir, haben wir das Ding getroffen? Naja. Eher gestreift. Oh. Seine Moral ist nicht mehr so großartig. Auch diese Aliens haben, haben Gefühle offensichtlich. Ähm. So. Das heißt aber, warte mal, wenn ich mit dir weiter vorgehe, habe ich da eine schöne Schussball auf dieses Alien. Ich hoffe es. Ich würde ganz gerne. 44 gehen wir eh nicht mehr zusammen. 23. Naja. Mist. Ha. Wir haben es eingeschläfert. Gut. Gut. Next. Call bewind. Nö. Dich mache ich als nächstes. Jenny. Nein. Dich mache ich als nächstes. Das weil. Du wirfst mir jetzt da. So ein Ding so rüber. Und das. Wirfst du mir. Da her. Oh. Nicht schlecht. Wir sehen etwas weiter. Gut. Gut. Ja. Gehst soweit du kannst. Darf, ne? Hast du auch noch was zum werfen? Jopp. Nimm das mal in die Hand. Wirklich mal. Ah. Mist. Hm. Wirf das mal. Hier. Hier. Gehe ich hin. Und tu so. Als wärst du nicht da. So. Du bist aber ein bisschen isolierter von einem anderen. Hast du auch noch ein Ding? Ja. 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 Das ist ja nicht. Okay. Das hilft nichts. Weil wir. Nicht bis da vorsehen. Ah. Wo ist das? Da. So. Schau mal. Du hast dir noch nichts gemacht für diese Runde. Schauen wir mal was das ist. Hall. Aber. Grüßer Liede. Na. Der hat aber noch immer eine große Moral. Leider. Aber der muss näher kommen. Also so gesehen. Kann man mal riskieren dort stehen zu bleiben und auf ihn zu schießen. 21. Ja. Kann man sich nicht hinknien. Hm. Ich glaub du hast ihn getroffen einmal. Ja. Was machen wir mit dir? Kannst du jetzt nicht auf den schießen. Und auf den schießen willst du. Der schießt dann den. einen Verpacker. Hm. Oh. Immerhin der Schuss gegangen ist. Er ist nicht dort hingegangen. Wohin hätte es sollen. Wohin hätte es sollen. Wohin hätte es sollen. Warte mal. Wir haben ihn getroffen. Er ist ohnmächtig geworden. Das ist ja cool. So. Geh in die Knie. Und warte auf den nächsten Zug. Jenny. Er hat ja auf sie zu schießen. Er hat ja auch auf uns zu schießen. Was machen die da? Achso. Ich glaub das sind die, die die Eier legen. Kann das sein? Die legen Eier in die Zivilisten. Und die Zivilisten werden dann zu Grisoliden. Na super. Finde ich gut. So. Wir sehen hier ein Viech. Was für eins. Das schaut stark nach irgendeinem armen Zivilisten aus. Also könnten wir uns aber auch anschauen. Was das heißt. Zombie. Bravery 110. Mini Accuracy 86. Bist du wahnsinnig im Strength 87. Na okay. Das dazu. Schiessen wir es ab. Äh. Auch nicht. Wie schon gesagt. Oder auch nicht. Hm. Hm. Das macht es nicht besser. Gruselig. Wie schaut das aushalten die so einen Beschuss mit Raketen aus? Glaubt ihr? Hm. Wo steht denn der? Da. Ja. Treffen wir das? Oder treffen wir da irgendwas? Wir treffen wahrscheinlich irgendwas. Hm. Sehr gut. Hm. 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 Naja. Wir haben das Gebiet dazwischen geplättet. Ähm. Damit er sich besser an uns heranschleichen kann. Sehr gut. Gloria. Na ja. Entschuldige dich bitte nicht damit, dass du ja nur meinen Befehlen folgst. So. Gut. Okay. Nächster. Da drüben scheint, mir hätten wir ein paar Dinge erledigt. Gehen wir vielleicht ein bisschen auseinander. Ah. Noch Medien. Schon wieder so ein Snakeman. 21. Na gut. Geh mal. Dienstag. Das ist ein wenigstens relativ einfach rumzubringen. So. Daphne. Geht auch in Deckung. Ah. Was für ein Fehler. Na ja. Selber Schuld. Ah. Was heißt? No line of fire. Was heißt? Ah. Wenn du stehst, hast du dann eine line of fire. Ach. Geh bitte. Was ist denn da im Weg? Da kann ja gar nichts im... Achso. Da raucht vielleicht. Hm. Kann sein. Hm. Jetzt siehst du den. Versteck dich nicht hinter dem Mistkübel. Dummes Alien. So. Wir haben da letztens einen erledigt. Warte. Da ist noch einer. Wo? 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 Verdammt. Dunkelheit. Du hast nichts mehr zum Werfen. Äh. Wo genauer da? Hm. 21. 20. 42. Gehen wir noch ein Stückchen näher. Einen Schritt noch näher. Gehen wir in die Knie. Ah. Jetzt sind wir besser. Na gut, dass wir einen Schritt näher gegangen sind. Na Gott sei Dank. Diese Dinge sind relativ einfach umzubringen. So. Du bleibst aber hier wo du bist. Mhm. Du. Tante. Du nimmst dir ein neues Ding. Mal da hier. Gehst du in Deckung. So. Nachdem wir hier alles platt gemacht haben. Ich glaube du bist ganz gut gegen diese Grisoliden mit diesem fetten Laser. Ich glaube. Der kommt jetzt sicher eh nicht zu uns oder? Kommt der bis zu uns? Kann ich gleich auf den Schießen auf diesen Grisoliden? Hm. Kann ich. Aber Treffen tue ich nicht. Hm. Denise. Tu dein Schlimmstes. Nein. Du kannst in Deckung noch gehen. Bevor du schießt. Hm. Das nenne ich mal einen Namen. Zielgenauigkeit. Vielleicht sind die aber schwächer die die aus den Zombies rausschlüpfen. Hm. Schwer zu sagen. Okay. Nächste Runde. Snakeman Navigator panicked. Snakeman Leader panicked. Ah. Es gibt hier Liter. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Boah. Wir sind so erfolgreich, dass die paniken. Wir sind super. Wieso das? Wieso sind wir super? Wieso sind wir super? Wir sind sonst nie super. Ich komm. Oah. Ich komm. Ich komm. Ich komm. So, langsames Vorrücken, langsames Vorrücken, schnell geht gar nix, schnell geht gar nix. Ziemlich viel erledigt da jetzt. Das ist gut. So, du. Ah, schon wieder einer. Warte, warte, warte. Wir können ja jetzt. Vielleicht ist das ja einer von den Liedern. Das ist ein Lieder. Das ist cool, den will ich fangen. Lieder müssen wir fangen. Du dumme Steuerung. Lieder müssen wir fangen. Das heißt, du gehst so nah wie möglich da ran. Machst einen Snapshot. Wenn ich dorthin hieße. Geh mal da her. Wenn ich auf ihn schieße, dann töte ich ihn vielleicht. Arrrr. Geh mal in Deckung. Das sieht was aus. Du kannst noch was werfen. Geh mal in Deckung. Okay. Entdeckung. So, was machen wir da jetzt? Du bist da in Deckung. Wir riskieren das. 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 dass du irgendetwas triffst, aber du triffst nichts. Unfassbar. Unfassbar. So, du. Ja, ja, ja. Gehst du weiter vor? Boah, du musst möglicherweise nächste Runde in irgendeinen Nahkampf reinschießen. Vielleicht hilft ja das. Geh weg, geh weg! Entschuldigung, ach Gott. Ach, wie. So, bist du das? Ja. Aintshot auf diese Gruppe hier. Was war daran aimed? Das gibt's ja wohl nicht. Du. Ah, dumme Pute. Ich hätte irgendjemand anderem mit dem Ding ausstatten sollen. Okay. das schaut was an es geht doch noch kaputt schau an das haben wir hin geschafft so du machst du einen autoschiff bist du irre das ist ja schrecklich der aimshot ist so daneben gegangen aber immerhin hat er etwas getroffen so dahinten muss noch irgendwo einer sein da was ist das für einer auf den ok schießen nö das ist nämlich nicht so du der ist kurz vorm einschlafen wieder vielleicht sollte man den versuchen zu betäuben der ist nämlich schon ziemlich benommen den könnte man dann mit heim nehmen und auch untersuchen oder wir schießen ihn einfach ab da hinten müsste es auch noch irgendwo einen geben da hinten müsste es auch noch irgendwo einen geben gibt es noch irgendwelche lebenden zivilisten eigentlich auch frage ich mich gerade ist da die karte zu ende schon fast so aus schau mal jep karte aus ok du hast zumindest einen halbwegs sicheren job hier äh gloria du wirst nie wieder irgendwo hingenommen so unfassbar was du gemacht hast so puh so was zu werfen nö uff da ist die karte zu ende das heißt da nach oben geht sie eigentlich auch fast nicht mehr gut jetzt sehe ich ihn na super das freut mich ich denke an den weg nö schieß drauf wie bist du zum commander geworden na auf jeden fall nicht so ach shit ach shit neiiiin du Freude ich setz jetzt so eine Dings ein und dann machst du einen Snapshot da drauf wie kann man bei dem ganzen Gewusel sowas von nichts treffen das ist unfassbar na immerhin zwei haben wir ausgeschalten das war gut das war wirklich wirklich gut unfassbar nein ich muss das anders machen ich bin so dumm was habe ich jetzt gemacht ach Gott ich bin gegangen du hast du hast du eine ja hast du so 32 und 16 sind 48 haben wir noch aber getroffen weiß ich nicht verzweifelt nicht ist das sie nicht unten und weiter auf das schießen gut ich überlege gerade ob ich auf das überhaupt schießen will ja nächster ich finde das nicht richtig im übrigen dass du die gute ebe irgendwas gekillt hast so und du machst du da deine privat führung quer durchs gemüsebeet also was habe ich vergessen naja gefällt mir nicht ach das ist nicht gut das ist nicht gut das war mein commander ich will meinen commander nicht verlieren auch wenn sie unfähig war das ist mir schlimmer geht bitte so diese waffe ist das absolut dümmste was wir haben und 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 wir müssen beide erledigen wir müssen beide erledigen wir müssen beide erledigen und und drauf und 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 36, 36, also kann ich noch ein zweiter Vorgehen hinknien und einen Snapshot machen und das hat nichts gebraucht. So ein Dreck. So 22, 37, Gott sei Dank, wir haben es erledigt, blödes Vieh. Gut, rinkt dann auch irgendwo irgendeiner rum? Ich hoffe nicht. Gut. 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 Ähm. Okay, da gibt es noch irgendwo einen Snakeman Berserker Navigator. Aber wo mag der sein? Hm. Aber es dürfte der Letzte sein. Und er hat seine Waffe offensichtlich schon vorher fallen lassen, wie er in Panik geraten ist, weil... Ah, super. Das habe ich auch gut gemacht, da habe ich alle meine Sachen zerstört damit. Naja, gut. Kann man nichts machen. Wo ist der Schlangenmann? Pfff. Irgendwo muss er ja wohl noch sein. Hm. 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 So, da hinten könnte er noch sein, da war der Lida auf jeden Fall, wer weiß, vielleicht ist er in der Nähe vom Lida. Das hat so gut gestartet und dann ist es noch so ausgeartet, ach Mist, ha, gefunden, stirb. Hast du verdient, definitiv, jetzt kommst du auch hierher, dann machst du alles kaputt. Boah, fürchterlich, 13 civilians killed und 5 von meinen Leuten noch dazu der Commander. 17 Alien Corpses recovered, immerhin, und 2 Life Aliens recovered, auch nicht schlecht. Und 25 Aliens killed, hm. Na bist du wahnsinnig. Andererseits, wir haben nur 5 Leute verloren, gar nicht immer so schlecht. Ah, ok. So, neuer Commander, neuer Sergeant. Haben wir gut gemacht. Herrschaften, an dieser Stelle sage ich euch einen schönen guten Abend. Ich werde jetzt noch in der Pause Dinge bestellen. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu einer neuen Folge Let's Play XCOM. Schauen wir mal, ob wir das das nächste Mal besser machen können. Bis dann.